Konstanz, Friedrichshafen und Lindau sind die größeren Orte an den deutschen Ufern des Bodensees. Konstanz hat bereits seit der Mitte des 19. Jahrhunderts Eisenbahnanschluss und ist bis heute ein bedeutender Verkehrsknoten zur Schweiz mit Intercity-Anbindung. Über die Bodenseegürtelbahn erreichen wir Friedrichshafen. Berühmtester Bürger der Stadt ist Graf Zeppelin. Seine Luftschiffe sind um die Welt geflogen. An der Grenze zu Österreich liegt Lindau. Der Kopfbahnhof ist Endpunkt für Intercity-Verbindungen, die S-Bahn, der ÖBB und für viele Regionalbahnlinien. In fast einer Stunde zeigen wir Ihnen den Betrieb in diesen großen Verkehrsknoten am Bodensee gestern und heute. IC-Züge mit der Baureihe 110, Sehast-Züge, 218 mit Doppelstockwagen, Regio-Shuttle-Triebwagen und Güterzüge. In einigen historischen Szenen sehen Sie den damaligen Betrieb mit der Baureihe 03 oder mit der legendären S36. Auch die Bodenseeschifffahrt und ein Besuch im Zeppelin-Museum fehlen nicht. Laufzeit 58 Minuten.